Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zubedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen? Nach allem, was ich für dich getan habe. Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Okay. Lauf weiter! Los! Wer ist denn das? Schnappt ihr euch! Ich will... Alle Teams melden. Wie ist die Lage? Over. Hier ist noch ein Cap. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Over. Der Funk ist noch instabil. Bleib in der Nähe. Wir müssen sie fänden, bevor sie wieder auf Ruf gehen. Zentrale. Wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger. Aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist das Vermissen. Wie kann ich denn schleichen? Wie kann ich schleichten? Ich muss nachgucken Tastatur, Maus Tastenzuweisung Zielnachladen Karte, Bogen, auswählen Nahkampf Steht hier nichts von Gehen Ist vielleicht Gehen Ah, es ist Gehen Macht Meldung Die Einheimischen haben Seilteilen gestellt Wir haben geplant, dass wir ihnen folgen Kann ich irgendwie Gehen 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 Das war's für heute. Ich würde sagen, das waren alle. Diese Buchstaben sehen mongolisch aus, aber ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. Natürlich doof. Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Es waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Okay. Ah, ne. Alle Teams, Augen offen halten. Die Einheimischen haben den beiden angelegt. Aber wie kann ich hier runterfallen? Zäh. Natürlich. Zäh. Zäh. Okay. Ich muss das. Ich muss das. Ich muss das. Tschüss. Ich weiß, das ist. Ich muss das. mhm der schon tot oder lebt der noch Achtung, das Uplink ist noch defekt. Es gibt Störungen bei allen Übertragungen Wo muss ich hin? Da oben hin, ok Egal, hier hab ich schon was gefunden Ok, da kann ich noch nicht dran Da hat gerade irgendwo was gedrungen Ja Ah Hm Ich muss also da hoch Ich bin nicht 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 Aha 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 Gut Ich bin nicht 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 und der ist noch immer voll gepackt. Gut, gut. Können wir ja jetzt weitergehen. Da haben wir ja jetzt nichts weiteres verloren. Noch ein paar Gift. Hier ein bisschen Bergungsgut. Oder was das auch immer ist. Eine halbautomatische Pistole. Okay. Hm. Also viel mehr haben wir noch. Ernsthaft, dass du nur von der einen Stelle dran gehen kannst, das ist doch gescheuert. Seine Anhänger sind dem Schutz der Nacht gereist. Auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen. Und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Oh. Ja.